Herzlich willkommen zu einem weiteren Hit-the-Rings-Video-Tutorial und heute schauen wir uns den Side-to-Side-Pike-Push-Up an. Ähnlich wie beim Side-to-Side-Push-Up wollen wir hier mehr Gewicht auf den einzelnen Arm legen, wenn der normale Pike-Push-Up zu leicht sein sollte. Versuche bei der Ausführung mit der Kopfoberfläche, da wo die Haare sind, kurz über den Boden zu gehen. Nicht mit der Stirn, weil dann gucken wir auf den Boden und haben eine ungesunde Haltung in der Wirbelsäule. Somit bleibt die Wirbelsäule gerade und wir haben automatisch den richtigen Winkel im Rücken. Es hilft, leicht in die Richtung des ausgestreckten Arms zu gucken. Ansonsten, wie ein normaler Pike-Push-Up, hoch geht's und stärke deine Schulter. Für weitere Übungstutorials folge diesem Kanal und mit diesen Worten, Hit-the-Rings.